Jetzt kommen wir zum Fragenkonter. Ich stelle dir kurz fünf Fragen und du antwortest kurz. Freiburg, Leverkusen, Dortmund? Das sind meine Stationen im Profifußball. Ich meine, in Freiburg bin ich groß geworden. Ich habe die ersten Schritte dann in der Liga gemacht. Leverkusen sechs Jahre lang. Das war auch eine erfolgreiche Zeit für den Verein und für mich persönlich. Und jetzt bin ich glücklich, hier zu sein. Deutscher A-Jugendmeister 2008, Deutscher Meister in der Bundesliga? Hoffentlich. In der Jugend hat es schon geklappt. Der Verein hat die letzten Jahre gezeigt, dass er es kann. Ich habe einen Vierjahresvertrag und ich hoffe, dass ich das auch miterleben kann. Dein schönster Moment als Profi bisher? Mein schönster Moment definitiv mein Comeback nach meinem Kartunfall. Okay, das war bitter. Das stimmt. Dein stärkster Gegenspieler bisher? Trogba war natürlich ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Das war wirklich sehr schwer, den wegzudrücken. Das war fast schon unmöglich. Klar, jetzt brauchen wir nicht darüber reden. Es sind Lewandowski und Oba in der Liga gewesen. Die sind schon gut, ne? Ja. Letzte Frage. Das Wichtigste für einen Innenverteidiger? Das Wichtigste. Ich meine, zweikampfstark, dass man eine gewisse Ruhe ausstrahlt, denke ich. Und dass man 90 Minuten konzentriert ist. Wie kommt das zucchini? Wenn das Nevada wird leer, das ça hoch ist. Wirreden, wir aos. Wiroutsbe ping sodass offensive.